Stadion-Mythos. Anfield. Berühmt-berüchtigt. Heimat des FC Liverpool. Und Ort des Wiedersehens. Klopp gegen Tuchel, deutsche Trainerexporte. Liverpool gegen Paris in der Königsklasse. Vorjahresfinalist gegen Top-Favorit? Paris ist mit Sicherheit einer der Favoriten auf den Titel. Das ist einfach so. Also wie könnten wir dann der Favorit in diesem Spiel sein? Jeder weiß um die Qualität von Paris. Dieses Team wurde dafür gebaut, um die Champions League zu gewinnen. Die Meisterschaft in Frankreich gewinnen sie sowieso. Diese Geschichte. Wenn ihr hier rausgeht, seht ihr, dass Liverpool fünfmal die Champions League gewonnen hat. Sie haben also diese Erfahrung in diesem Verein und in diesem Stadion. Daher sind wir ein Herausforderer in der Champions League und nicht der Favorit. Das ist meine Meinung. Zwei Trainer, viele Parallelen. Von Mainz über Dortmund zu Europas Elite. Beide starten mit fünf Siegen in der Liga. Startrekorde in Liverpool und Paris. Klopp und Tuchel, Kopf an Kopf. Als ich in Dortmund war, hatte ich eine echt starke Mannschaft. Und er war in Mainz. Er hat dort einen unfassbaren Job gemacht. Er ist ein überragender Trainer. Ich finde, es war eine wirklich clevere Entscheidung von Paris, Thomas Tuchel als Trainer zu verpflichten. Man trifft sich wieder an der Anfield Road. Mehr als ein Fußballstadion. Geschichte, Emotionen. You'll never walk alone. Wir können nie unkonzentriert sein. Auch nicht für eine einzige Sekunde. Es wird nicht einen einzigen Moment geben, wo wir uns ausruhen können. Den gibt es hier einfach nicht. So ist das gegen Mannschaften von Jürgen. Und natürlich gerade hier in Anfield. Du kannst nie abschalten. Um das Spiel zu gewinnen, müssen wir nicht der Favorit sein. Und auch nicht der Underdog. Wir wollen einfach das Spiel gewinnen. Wir spielen in Anfield. Und das kann ein Vorteil sein. Und wir hoffen, dass wir das nutzen können. Trotzdem brauchen wir alle Hilfe, die wir bekommen können. Das ist auch klar. Anfield wird da sein. Und Anfield wird laut sein. Zum Auftakt der Königsklasse. Zum Spiel mit Finalpotenzial. Ich habe das letztes Jahr schon ein paar Mal gesagt. Aber wenn ich nicht Trainer wäre, würde ich mir dieses Spiel anschauen. Hundertprozentig. Jetzt habe ich aber den mittelmäßigsten Platz im Stadion. Aber ich werde mir dieses Spiel anschauen. Liverpool gegen Paris. Jürgen Klopp gegen Thomas Tuchel. Favoriten unter sich. Euch holekeepers giang. Also geht-off, sie gedrable. Aber ich werde das, Cauоров wieder. Ich bin mir der Kommission geagnet. Suddenly vai-sp Smith und Waner. ц. Ihr hört sich nicht besser in den Kab Zoens. Hard one防 managers. largo hin 구�ürt. Ich hoffe ich bin dann Olá Talent auf ihn. undAmerica B … ini Dust. Meine Du ausfisch gemacht,